Ich hab aber angefangen zu spielen, eigentlich so als Flo-Darber, da war ich Level 3 und dann hatte ich einen Doppel-IP getrunken. Ich hab eine Munitionskiste für gleich, für Loader. Hier landet einer. Unter uns ist auch einer. Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab. Feindliche Drohne über uns. Das war's. Ja, Loader. Oh, noch eine Farbvariante. Hier liegt mein Geld. Jo. Am Stopp. Aber das Donor-LMG, was man auch findet. Richtig, Nulls. So, Experiment-Ska. Experiment-Ska, ja. Oha. Warte. Warte, Basti. Hier, warte. Ich dropp dir mal meine gerade. Guck mal, wenn du schießt, die Rückschusskontrolle. Äh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, wir sind im Fall. Oder? Pass doch auf. Ja, ja. Ja, ja. Nick. Ja, ja. Uh, noch eine andere FFR-Variante, die kannte ich noch nicht. Boah, die AK-74U schmeckt auch gerade, muss ich sagen. Ja. Damit bist du richtig schön schnell. Ja, ich bin doch nur Spezialisten-Wähler. Hahaha. Ihr habt mir 100 Pisten. Ich übernehme den Schläuern. Was ist 30er-Mech drauf, ne? Ah, ja. Ich hab das noch nicht. Hier liegt etwa meine Leiche, glaube ich, noch. Das ist, glaube ich, immer noch mein. Da hinten. Aus der Aufnahme. Das war hier drauf. Ich hab eine Drohne gekauft. Geht noch mein Geld. Ich fahre. Achtung. Ah, was? Das ist schon wieder los. Okay, ist gut. Ich fahre. Ich werde hier bescheuern. Achtung. Drohnen Treibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ich flieg das Ding. Aus. Von wo hoch? Von wo? Ja, bruh, Digga. Geht hier. Level 18. Bro, geh doch mal bitte raus. Los. Äh. Bei mir ist safe soweit. Also. Geh doch mal nicht in die Luft, Junge. Meine Güte. Äh. Okay. Jeden wo Low-Dot gekauft. Low-Dot. Ich werde hier getroffen. Feindliche Drohne über uns. Wir schießen auf mich. Verwündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Kannst du mal auf den Turm schießen, Flo? Da ist noch einer mit einer Piste drin. Einer noch? Das Gas kommt leer. Neue Sicherheitszone wird markiert. Boah, die ist geil. Actually gut. Licht aus. Boah, ich will meine Eigenschaften da haben. Einer ist im Treppenhaus. Einer ist von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Oh, die Ska macht Spaß. Schreib's mir nicht unter die Nase. Ich hab meine nicht. Kurz leise. Oh, die Ska macht das. Oh, die Ska macht das. Oh, die Ska macht das. Oh, die haben mich im Visier. Einer ist auf dir, Niklas. Der hat mal. Ja, nee, Digger. Hab einen. Hier ist Panzerung. Oh, er hat Saving. Was? Was? Was hat der so viel Saving? Hallo. Also, die Runde macht heute am meisten Spaß, muss ich sagen. Die hat die Ska halt, ne? Ja. Feindliche Drohne über uns. Brauche Aufklärung an meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebiet. And we last like you. Äh, was sind das für Gegner? Die Ska macht schon. Ich brauche Aufklärung an meiner Position. Noch zwei Teams. Die Drohne erreicht Einsatzgebiet. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, Geek. Bist du unten? Ja. Also, der Rambo-Skin ist ein Geek. Nein, ist das unlucky. Oh, nur überlegen. Äh, überleben. Also, komplettes Team bei den Zelten. Ja, und unten bei diesen... Die beiden Teams fighten dann. Äh, genau. Okay, einer bei Chemical. Mach vielleicht etwa noch eine Lupe oder sowas. Für ein bisschen extra Geld. Falls du uns gleich noch einen Loadout kaufen musst. Ja, da habe ich Leute getötet. Pass auf, Sniper! Ja, ganz ruhig. Vorratskiste gefunden. Sofort sicher. Ja. Oh, ich bin aufgeklasht. Also, der Loadout ist safe. Der Loadout ist safe. Der Loadout ist safe. Ja, weit auf dem Dach. Oh. Oh, feindliche Drohne. Wenn ich nicht erst weiß, wir sind so alt. Einer landet. Bei mir, bei mir. Ja, bei mir. Oh, ja. Oh, ja. Ja, super. Ach, Juni. Du bist zurück. Aber wenn wir zu Geld zusammenlegen, dann können wir noch ein Dings kaufen. Loadout. Wo war der? Das ist wunderbar. Ganz gut. Ich komm zu dir, Nick. Oh. Feindliche Drohne über uns. Oh. Wir sind zu hoch. Wir sind zu hoch. Wir sind zu hoch. Oh, Hilfe. Och, hier. Mann. Mann. Oh, was? Von hier unten. Safety. Safety. Pass ich die Falten. Wir haben nur noch dich. Ja, ja. Shit.